Musik Jetzt sind wir quasi vor der entscheidenden Woche. Jetzt gehen nächste Woche die Orchesterproben los und dann die Bühnenorchesterproben. Und dann ist es wirklich nur noch die beiden Hauptproben und dann ist Schluss. Das hat einen langen Anlauf gebraucht, aber es ist jetzt auf einem guten Weg. Und jetzt bin ich natürlich als Dirigent wahnsinnig gespannt, was Töne mir da aus dem Orchester entgegen. Musik Wir sind jetzt mitten in der Arbeit. Wir sind ja kurz vor den Schlussproben. Also nächste Woche haben wir Klavieraubprobe und das ist ein Arbeitsprozess. Und täglich ist das Ziel, das immer zu verbessern, dass das eine sehr interessante und spannende Aufführung wird. Musik Und ich glaube, das Spannende hier drin ist, das eben zu finden, dass es eben nicht nur einfach um Mozart und man hört Rossini, sondern wir machen hier Meier. Der ist ein eigener Stil und das ist eine eigene Musik. Musik Musik Und da Musik Und da Musik Untertitelung des ZDF, 2020